Starkes Europa, gute Zukunft für Deutschland. Im Mittelpunkt der heutigen Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand der CDU Deutschlands stand die Verabschiedung eines Antrages an den CDU-Bundesparteitag, der ja Mitte November in Leipzig zusammenkommen wird, in der wir uns in der aktuellen und in der grundsätzlichen europapolitischen Debatte positionieren als die Deutsche Europapartei. Unser Antrag, der Ihnen vorliegt, macht deutlich, für uns ist Europa eine Sache des Verstandes, vieler gute Argumente, aber auch eine Herzensangelegenheit. Uns verpflichtet eine Geschichte, die die CDU stets als die treibende Kraft des europäischen Einigungsprozesses gesehen hat, eines Einigungsprozesses, der eine einzigartige Erfolgsgeschichte ist. Und unser Antrag macht deutlich, dass wir weitere Schritte gehen wollen, hin zur politischen Union, die Vision, die uns leitet, ein starkes Europa, ja, in wichtigen Bereichen der Vollendung der Währungsunion, hin zur Stabilitätsunion eines Meers an Europa, zugleich eines Europas, das nicht jedes Detail regeln muss, eines Europas, das Subsidiarität achtet, aber bei dem zentrale politische Anliegen, gemeinsam durch die Europäische Union für die Mitgliedstaaten wahrgenommen werden. Wir haben Forderungen aufgestellt, die diese Vollendung in der Stabilitätsunion zum Ziel haben, einmal im Rahmen des jetzt gültigen Vertragswerkes, da sprechen wir uns aus, für eine Verankerung der Schuldenbremse nach deutschem Vorbild in den Mitgliedstaaten, Strukturreformen, einem zielgerichteten Einsatz der Strukturfonds, der der Wettbewerbsfähigkeitssteigerung dient und wir sprechen uns aus für eine Fortsetzung des Regulierungskurses, was die Finanzmärkte angeht. In diesem Zusammenhang haben wir die Forderung erneut bekräftigt und werden sie auch dem Parteitag vorliegen, nach einer Finanztransaktionssteuer. Das diskutieren wir intensiv. Es ist Ziel in der Europäischen Union, auch international, aber unser Antrag sagt auch deutlich, in der Europäischen Union muss die Eurozone bereit sein, voranzugehen. Natürlich haben wir dabei auch die legitimen Anliegen des Finanzplatzes Deutschland im Blick, aber für uns ist es eine Frage der Gerechtigkeit, wie in gewisser Weise auch der Entschleunigung bestimmter Prozesse an den Börsen, dass wir zügig zu einer Finanztransaktionssteuer kommen. Wir machen Vorschläge für moderate Weiterentwicklung, Veränderungen bei den Verträgen. Dazu brauchen wir einen Konvent auf europäischer Ebene, der einen klaren Auftrag erhält. Da, wo wir eine Stärkung der europäischen Leitplanken wollen, etwa im Hinblick auf die Verankerung des Stabilitätspaktes unmittelbar in den Verträgen, damit auch seine Justiziabilität im Hinblick auf Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, dass wir hier zu einer Weiterentwicklung kommen. Auch dergestalt, dass die europäische Ebene dort, wo wir dauerhaft Verstöße oder unzureichende Erfüllung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sehen und Beratungs- und Strukturhilfen nicht ausreichen, wir Durchgriffsrechte der Europäischen Union im Sinne eines EU-Sparkommissars brauchen, der für die entsprechende Durchsetzung der Vorgaben des europäischen Rechts sorgt. Wir wollen den europäischen Stabilitätsmechanismus nicht nur in Kraft setzen alsbald, sondern zum europäischen Währungsfonds weiterentwickeln. Schließlich, um eine weitere Forderung zu erwähnen, wollen wir, dass die Europäische Union in ihrer politischen Union noch stärker ein Gesicht bekommt und sprechen uns deswegen dafür aus, den Präsidenten der Europäischen Kommission künftig durch die Unionsbürger direkt wählen zu lassen. Diesen Antrag hat der Bundesvorstand mit überwältigender Mehrheit, eine Gegenstimme, keine Enthaltung, beschlossen. Er geht unseren Gliederungen zu, die bis zum 2. November Gelegenheit haben werden, Änderungsanträge einzureichen. Die antragsberechtigten Gliederungen, darüber hinaus wollen wir, wie bereits beim Bildungsantrag mit großem Erfolg praktiziert, auch den Mitgliedern im Mitgliedernetz die Möglichkeit geben, unmittelbar Vorschläge an die Parteiführung zu richten. Und die Mitglieder können auch im Internet darüber abstimmen. Und dann werde ich besonders hoch bewertete Vorschläge in die Antragskommission unmittelbar einbringen. Wir haben dies gerade bei unserem Antrag Bildungsrepublik Deutschland mit über 500 sehr starken Mitgliederbeteiligungen praktiziert und werden das auch bei diesem Antrag machen. Zur Diskussion der eigenen europapolitischen Positionierung heute im Bundesvorstand passt, dass die Bundeskanzlerin natürlich berichtet hat über den Gipfel in Brüssel. Wir sehen in den gestrigen Arbeitsergebnissen eine gute Grundlage, sowohl für die Diskussionen, die wir im Bundestag und seinen Gremien führen werden, wie im Hinblick auf den EU-Gipfel am Mittwoch. Es ist zwar richtig, zügig zu handeln, aber vor allen Dingen ist es geboten, das Richtige zu tun. Da geht Gründlichkeit im Zweifel vor Schnelligkeit. Und wir sind zuversichtlich, dass in Punkten, die uns wichtig sind, von der Bewertung der Situation in Griechenland über die Frage der Rekapitalisierung der Banken bis hin zur Frage, wie sichergestellt wird, dass ein wirksamer Einsatz des Euro-Rettungsschirms nicht die Haftung Deutschlands über die bisher beschlossenen 211 Milliarden ausweitet, ist eine gute Grundlage in dem, was jetzt Deutschland und Frankreich auch wieder in sehr starker Gemeinsamkeit vorgetragen haben, gibt für den vor uns liegenden Mittwoch. Ein letzter Punkt, den ich gerne meinerseits ansprechen möchte. Am Wochenende hat der Parteitag der Linkspartei stattgefunden und einmal mehr gezeigt. Diese Partei ist nicht von gestern, sie ist von vorgestern. Ein völlig durchgeknallter Beschluss zum Thema Legalisierung aller Drogen, der nicht wegen Einsicht, sondern wegen öffentlichem Protest abgeschwächt. Dann wird ein Beschluss, der eine inakzeptable Haltung angesichts von Mühen um Drogenbekämpfung und Suchtprävention darstellt. Ein Programm des Grauens, das da beschlossen wurde, für das wir jedenfalls allemal hoffen, dass dies nie Regierungsprogramm werden darf. Und es zeigt sich einmal mehr, Sektierer haben in dieser Partei das Sagen. Vermeintlich pragmatische Kräfte, mit denen ja ach so gerne Rote und Grüne koalieren würden, sind völlig am Rand gedrängt. Höchste Zeit, dass die Herren Gabriel und Trittin dieser Trümmertruppe endlich eine endgültige Absage erteilen.